Gehörst du auch zu den Parkinson-Erkrankten, die sich kaum vor die Tür trauen? Ein einfacher Einkauf wird zum Albtraum. Ein Besuch bei Freunden sagst du lieber gleich ab. Das Bewegen im Freien fällt dir unglaublich schwer. Du hast Angst beobachtet zu werden oder entdeckt als Alkoholiker abgestempelt oder was auch immer. Wenn es dir auch so geht, wie einigen meiner Kunden, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, dann schau dieses Video unbedingt bis zum Ende. Denn hier bekommst du nicht nur Tipps, wie du mit der Situation umgehen kannst, was du tun kannst, damit du dich wohler fühlst, wenn du vor die Tür gehst, sondern auch am Ende noch, was du noch bekommen kannst, wenn du nicht weiter weißt. Mein Name ist Sirk von Böningen. Ich coache und trainiere seit Jahren Parkinson-Erkrankten online. Und das hat mir wirklich geholfen, um einen tiefen Einblick, einen ganzheitlichen Blick auf die Parkinson-Krankheit zu bekommen und die Probleme aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ich bin es gewohnt, die Probleme anzugehen, Lösungen zu finden, Lösungswege zu finden, Menschen in den vielfältigen Situationen zu trainieren, dahin zu kommen, wo sie eigentlich sein möchten, aktiv und glücklich leben können. Wenn dich das Thema interessiert, abonniere gerne den Kanal und klicke auch auf die Glocke, damit du wirklich kein Video verpasst. Nun, wenn du unsicher bist, Angst hast, vor die Tür zu gehen, dann hat das sicherlich irgendwann mal angefangen. Vielleicht ist es schleichend gekommen, vielleicht gibt es auch hier so ein auslösendes Ereignis. Es kann sein, dass du gemerkt hast im Laufe der Zeit, dass du unsicherer wirst, dass du unsicherer gehst, dass du mehr Angst hast, dass du durch den Tremor als Alkoholkranker abgestempelt werden würdest, dass die Gangunsicherheit so groß wird, dass du Schwierigkeiten hast, dich im Freien zu bewegen. Manchmal ist es auch ein Problem mit der Blase, wodurch das auf fremde Toiletten gehen einfach schwierig wird. Das kann alles vorhanden sein und natürlich noch viel mehr. Gut. Tipp 1. Mach dir bewusst, in welcher Situation du Angst hast, unsicher bist. Was ist es konkret? Denn oftmals ist es so, dass dann kommt, ich kann es nicht mehr, ich mache es nicht mehr und wir verdrängen das und lassen es dann bleiben. Dabei muss es so nicht sein. Also Tipp 1. Mach dir wirklich das Problem bewusst, in welcher Situation hast du konkret Angst. Wie ist das? Tipp 2. Mach dir bewusst, warum dein Problem dein Problem ist. Was steckt dahinter? Wenn du dich zum Beispiel ungern im Freien bewegst, ist das, weil du unsicher auf den Beinen bist, du das nicht so gut wahrnimmst, weil vielleicht auch einfach viel zu viel Reize da sind, weil irgendwer was weiß ich denken könnte. Genau. Und dieses Weil, diese Begründung, die ist wichtig für dich. Also mach dir das bewusst, warum das so ist. 3. Finde heraus, was dein Problem noch verstärkt. Welche inneren und äußeren Faktoren sind das? Das können Gedanken sein, es kann aber auch irgendwo Umstände im Außen sein, wie zum Beispiel das mit den fehlenden Toiletten oder ich gehe spazieren und mir fehlt einfach die Sitzmöglichkeit. Oder ich werde unsicher, wenn zu viele Leute auf mich zukommen. Mach dir das einfach bewusst, was diese Angst, diese innere Unsicherheit oder was auch immer verstärkt. Tipp 4. Ist dann der Bruder davon. Und zwar mach dir auch bewusst, was das lindern kann. Was kann dir denn helfen in den Situationen? Zum Beispiel eben Stock mitzunehmen oder wie auch immer. Mach dir hier einfach klar, was wäre gut. Das ist nicht für jeden gleich. Deswegen ist es deine Aufgabe, das ein bisschen durchzugehen und das zu überlegen und nicht direkt zu sagen, ach, ich habe Parkinson, deswegen kann ich das nicht mehr. Jetzt erst recht, bitte. Tipp 5. Stärke die Fähigkeiten, die du brauchst, um die Situation besser zu bändigen, um besser damit umzugehen. Überleg einfach erst mal, was es ist und versuch das dann zu stärken, zu optimieren. Gut, das war jetzt alles ein bisschen schnell, aber ich wollte dir das kompakt so mitgeben, diese 5 Tipps. Die kannst du einfach so durchgehen. Wenn du merkst, ich hätte gerne diese Tipps noch mal als Liste, schaue in meinem Blog nach. Da findest du diese Liste. Und ich möchte aber jetzt gerne noch zwei Beispiele geben. Zum Beispiel Maria, die ängstlich ist, wenn sie ins Freie geht, unsicher ist, vor die Tür zu gehen und da Schwierigkeiten hat. Aber wenn jemand Peter dabei ist und er sie in den Arm nimmt und sie gemeinsam gehen, dann ist das zum Beispiel nicht so. Und was es eben verstärken würde, wäre, wenn jetzt so viele Menschen da wären, die sie möglicherweise anrempeln oder auch anstarten. Gut, sicherlich ist dir vielleicht jetzt schon klar, dass Maria hier verschiedene Möglichkeiten hat, die sie nutzen kann. Zum Beispiel hilft Maria es, wenn sie mit einem Stock oder Rollator geht, weil dadurch wird anderen Menschen auch schon deutlicher, dass sie nicht so sicher auf den Beinen ist. Zweitens fühlt sie sich mit dem Stock oder dem Rollator auch sicherer. Sie hat immer noch mal was dabei, wo sie sich festhalten kann. Das gibt ihr einfach ein gutes Gefühl. Aber Maria kann natürlich auch ihre Fähigkeiten steigern. Sie kann zum Beispiel ihre Gehfähigkeit trainieren, Krafttraining machen, Gleichgewichtsübungen, wodurch sie sich sicherer auf den Beinen fühlt. Das stärkt ihren Körper, aber auch ihr Selbstbewusstsein. Außerdem hat Maria mit einem Mentaltraining gelernt, dieses sichere Gefühl, das sie sonst mit ihrem Mann Peter hat, in schwierigen Situationen blitzschnell abzurufen, wodurch sie sich sicherer fühlt, wenn ihr Mann auch gerade nicht da ist. Gut, Beispiel zwei, das ist Wilfried. Wilfried ist mehr der Typ, der immer alles selbst geschafft hat, der stark ist, der, ja, so ein richtiger Macher, ein richtiger Mann, der aber merkt, wenn ich im Freien unterwegs bin, wenn ich draußen unterwegs bin, bekomme ich nach gewisser Zeit einfach heftige Schmerzen im Rücken. Ich kann da nicht mehr gehen und wenn ich dann keine Pause machen kann, wenn ich mich nicht hinsetzen kann, dann werden die Schmerzen so heftig, dass ich alleine nicht weiterkomme. Und Wilfried ist eigentlich egal, was die anderen denken, aber er möchte nicht auf Hilfe angewiesen sein. Und das ist eben Wilfrieds Problem. Nun, was hilft Wilfried? Wilfried hilft es, wenn seine Frau ihn mit dem Rollstuhl begleitet. Eigentlich findet er das albern, weil er ja gut gehen kann bis zu dem Punkt X. Aber eben durch einen veränderten Blickwinkel hat er eben gelernt, dass das durchaus Sinn machen kann, um seinen Körper einfach mehr zu trainieren, länger zu gehen. Er kann sich dann eben jederzeit hinsetzen, wenn er Schmerzen hat, was er in dem Moment eben braucht und lernt eben so, Schritt für Schritt längere Strecken zu schaffen. Zweitens ist seine Möglichkeit aber auch gewesen, dass er Übungen lernt, die seine Schmerzen unterwegs lindern, die die Krämpfe lösen und so weiter. Dadurch schafft er es auch, ohne dass ihn seine Frau begleitet, längere Strecken zu gehen und eben dann sich mit diesen Übungen zu retten. Und das ist eben dann auch viel wert. Du siehst also, dass du durch eine Veränderung gewisse Dinge ja auch angehen kannst. Es ist wichtig, dass du für dich einfach diese fünf Punkte mal durchgehst und schaust, okay, was ist positiv, was ist negativ und welche Strategien kann ich machen, um mein, weil ich XY nicht kann, da noch wirklich nachhaltig zu verändern. Wenn du jetzt merkst, ja Silke, das war mir jetzt einleuchten, ich verstehe das, aber ich schaffe das alleine nicht, dann buche gerne ein Kennenlerngespräch mit mir, denn dann können wir uns gemeinsam anschauen, was dein Problem ist im Freien zum Beispiel und warum das auftritt. Ich analysiere das gerne für dich und dann eben zu schauen, okay, was würdest du brauchen und wie kannst du das bekommen? Wie kann ich dir da auch bei helfen? Das ist die erste Möglichkeit, die du hast. Die zweite Möglichkeit ist aber, dass du dich selbst da noch mehr und tiefer heranführst über den Mitgliederbereich, denn den packe ich jetzt im nächsten Monat mit brandneuen Videos voll. Darin bekommst du im Laufe des Monats Übungen, das Mentaltraining und einen Quicktipp für unterwegs, sodass du besser im Alltag zurechtkommst und dich mehr traust, wieder ins Freie zu gehen, unterwegs zu sein. Den Mitgliederbereich kannst du im Übrigen für einige Tage kostenlos testen, dass du einfach mal schaust, okay, was ist da drin, spricht mich das an, komme ich damit klar? Und bevor es eben zur Bezahlvariante übergeht. Schau es dir so gerne an, in der Beschreibung findest du den passenden Link dazu mit weiteren Informationen und auch einer Anmeldeoption. Vielen Dank fürs Zuschauen, sei aktiv und werde fit trotz Parkinson. Deine Silke. Ciao. Tschüss. Nachлич 2023